ja und herzlich willkommen zurück zu shadow complex meine lieben Freunde zur nächsten spannenden action gelandene folge ich bin's wieder Kroripi und ja ihr habt ja letzte Folge mitgekriegt ich tuse anstatt ich einfach mal ach hast du keine Wand gefunden? nee hab da gesehen der hat keine Wand gefunden um sich da ranzuposaunen ranzuhängen hier ging ja nicht weiter war ja so so ja letzte Folge ich hab ein bisschen scheiß gebaut wisst ihr habt ihr ja gesehen naja was soll ich sagen anstatt ich einfach da hoch hier so wie mir die karte das sagt nee da muss ich wieder irgendwas ausprobieren aber jetzt meine lieben Freunde jetzt wird es anders laufen jetzt werden wir uns strikt wenn wir uns strikt an den Schnodder halten habt ihr gesehen ne meine neue Attacke Junge richtig geil das ist eine ultra mega Kombo natürlich wieder der upgrade holen so dann haben wir ja schon alles haben wir ja schon alles mal gesehen jetzt holen wir uns noch schnelle Gold hoffe dass sie wieder so schön klappt wie davor und dann können sie mich mal richtig am Arsch wecken ja das hätte ja schon fast wieder geklappt ja das hätte ja schon fast wieder geklappt dann schießt er auf wieder hoch so genau aber den schalten wir noch so aus waah scheiße man ey ich muss daran denken sehr genau setzt jemand einfach nach oben und der schießt und er schießt und er schießt uns auch rein so schon wieder nicht dran gedacht warum denke ich daran nicht so und anstatt hier nämlich hin zu gehen ups ja ja gehen wir nämlich hier lang so wie wir sollten wir sollten nämlich hier lang so jetzt sind wir nämlich auf dem richtigen Weg Leute und ich fall gleich runter Leute ne ja lass doch mal los da Mensch schieß doch mal den Granaten an so jetzt sind wir aber richtig ne ja jetzt sind wir richtig alles klar was ist denn das für ein Teil schon wieder ah ok alles klar hä verstehe ich nicht ach so dann können wir doch ah das ist nur zum halten na gut ok daran können wir uns festhalten ist auch nicht schlecht um da hoch zu kommen so jetzt sind wir hier waren wir doch schon mal ne waren wir hier schon mal irgendwie kommt mir das bekannt vor als wir auf der anderen Seite zugange waren ne dann sind wir doch hier auch lang ja und das Wasser nein das Wasser killt uns scheiße ich hoffe nicht dass wir wieder da hinten anfangen müssen ne rastig aus ne ein Glück nicht ich werde denn wirklich richtig ausgerastet wenn die scheiße denn schon wieder hier 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 mann ey da kommen wir ja nicht hoch ne wir warten mal bis er weiter nach oben ist ne da hinten kommen wir nicht lang da kommen wir nur rinnen wenn wir da oben rinnen dann könnten wir hier runter kommen na gut ok ja ja reg dich ab reg dich ab da oben so nun ich verstehe nicht wieso wieso oh man alter wie soll ich denn mit dem scheiß da da rüber kommen oh man ey das kann doch nicht wahr sein ey das kann doch nicht wahr sein ey Verstärkung hoch Verstärkung Mann 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 ich muss doch da lang ich muss da oben in die Tür rinnen aber oh man das regt mich schon wieder richtig auf sowas mach auf die Hütte Junge 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 keine Zeit so nun ich muss doch hier lang wie soll ich denn hier rinnen kommen was passiert denn wenn ich da rinnen schieße ist doch zum kotzen was soll was soll ich verstehe das nicht da da komme ich auch nicht hin doch jetzt aber trotzdem kommen wir da nicht weiter hier so ein Upgrade mit Wort nämlich mit Wort nämlich so kommen wir da nämlich nicht ran ich muss da durch aber ich kann doch nicht schießen ey ich kann doch nicht schießen ey Mann Alter spring doch da mal raus Junge ne rüttel ne hier will ich noch nicht ran zieh erfasst Na klar waren wir hier schon mal. Hier habe ich doch schon mal geschossen. Alter 13. Ich muss hier rin. Alter. Fuck. Fuck off. Sag ich doch. Ich war hier schon mal drinnen. Ich muss hoch. Ich muss hoch. Noch ein Stück. Ja. Ach man. Gibt es doch gar nicht. Der ist ja noch verständlich. Oh. Er schon wieder mit seinem Chest weg. Hier ist was das. Was? Ich bin hier. So, noch ein Schaumupgrade, jetzt übertreiben sie es wieder mit dem Schaumupgrade, ja? Ach, man kann nicht mehr recht machen, ne? Wir haben viel zu viel Schaumupgrade oder zu wenig Granaten, so, jetzt müssen wir hier unten lang. Wo ist denn alles duster, ey? Ja, ja, wo gehst du, von mir. Oh, jetzt habe ich meinen Headshot verpasst. Oh, jetzt muss ich mal safen hier, ja, aber wie lange haben wir noch? Drei Minuten haben wir noch? Ähm, drei Minuten haben wir noch, da oben brauchen wir wieder die Granaten auf alle Fälle, die haben, äh, ach, Granaten, sag ich schon, Raketen, die haben wir ja noch nicht. Den schalten wir jetzt auch mal aus, jetzt sind wir in die große, ne, jetzt sind wir von oben, ne? Oder? Hier müsste, hier müsste wieder ein Upgrade sein. Oh, ne, ne, ne Karte, ne neue Schlüsselkarte, cool. Ähm, wo müssen wir, wir müssen da rüber auf alle Fälle. Oh, Mann, Leute, ey. So, Schaum haben wir auf alle Fälle. Alter, ich dachte, ich sterb schon, ja. Verrecke, Mann. Oh, ey, die im, die in schwarz sind so, sind sowas von ätzend, ja. Oh, wie kommt, ach so, wir müssen da rüber. Die in schwarz sind richtig ätzend, ja. Und wie ist denn, weil hier eine fette Kiste. Oh, weg mit der. Nein. Ein Endgegner. Werden ist ein Endgegner? 100%ig. Jetzt kommt wieder so ein fetter Endgegner. Leute, wieder so ein Roboter. Oh, Mann. Diesmal haben wir kein Wasser. Wir haben nichts. Wir haben nichts, außer uns. Wir haben nichts, außer uns. Und schon geht los. Und schon geht los. Und ich seh's schon. Ja, ich seh das doch schon alles scheiße. Ist doch schon alles scheiße. Gut, Leute. Ich muss leider hier zu Ende machen. Die Folge ist leider schon zu Ende. Wir sehen uns auf alle Fälle in der nächsten Folge. Seid wieder dabei. Ach so, und hinterlasst ein Like und ein Abo. Wir wollen ja die tausend Abo knacken. Also von daher immer schön Abo drücken und immer schön liken und immer schön kommentieren und teilen. Auf alle Fälle. Teilen ist sehr wichtig, damit ihr auch andere mitkriegen und mit erfahren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Shadow Complex. Ich bin erstmal raus und ciao. mit. With all the toes shoes worn thin let's stop this hot cold nonsense I'm loose in face with my own heart Untertitelung. BR 2018